Dieses Spiel ist perfekt würdig in deinen besten Freund, denn ähnlich wie in Brad and Fred in Unraveled 2 seid ihr aneinander gebunden und müsst verschiedene Rätsel zusammen lösen. Doch der Twist dabei, es gibt kein Seil, was euch zusammenhält, sondern einen Schlauch, mit dem ihr euch gegenseitig aufblasen und fliegen lassen könnt, um die Puzzles und Hindernisse leichter zu überwinden oder euch einfach auf die Nerven zu gehen. Tag einen Freund, den du fliegen lassen würdest in den Kommentaren und folge für mehr. Das Spiel heißt Make Me Flow.